Wir haben die Schwestergemeinde angeben, das wir vor. Wir haben eine kurze Info, wir sind da ein bisschen aufgekommen und sind immer ein bisschen schwierig, weil wir vieles hören, viele verschiedene Aussagen hören, die nicht unbedingt immer alle übereinstimmen. wo wir uns erstmal einen Reim drauf machen müssen, was ist jetzt eigentlich los, was gilt es jetzt zu befolgen, was sind die Anweisungen der Regierung, wo sind Interpretationsspielräume, wie ist das zu verstehen. Ich denke, es ist klar, nach wie vor gilt in begrenztem oder in einem gewissen Rahmen immer noch, dass wir möglichst Abstand halten sollen, körperlich voneinander. Das ist alles nicht so ganz einfach und schwierig auszuhalten für viele von uns, gerade die, die alleinstehend sind. Aber es gibt natürlich hier und da etwas Lockerungen. Heute sind Verordnungen rausgekommen von der niedersächsischen Landesregierung und das, was wir auch schon in den letzten Tagen gehört haben, das bestätigt sich mehr und mehr. Es gibt bestimmte Öffnungen auch im Bereich Gottesdienste. Wir müssen aber noch endgültig darüber, ja jetzt aufgrund der Faktenlage jetzt, wie wir sie heute bekommen haben, müssen wir als Älteste noch endgültig darüber beraten und dann auch nach Gebet und Suche nach Gottes Willen entscheiden, was wir weiter tun sollen, tun wollen auch jetzt in Zukunft hier als Gemeinde. Das, was ich auf jeden Fall auf dem Herzen habe und was ich glaube, was mit den Verordnungen vollkommen konform ist, dass wir in der Gemeinde kleinere Gebetstreffen schon machen können. Deswegen wollen wir morgen auch wieder Erntegebet machen. Bitte kommt jetzt nicht alle zum Erntegebet, weil dann wird sozusagen der Rahmen dann wieder gesprengt. Aber ja, die Gruppen, die sich sowieso treffen, die Hauskreise, die sich hier in der Gemeinde treffen, die Gebetstreffen, wie wir das mit den Hauskreisen in den Häusern machen, darüber müssen wir auch noch als Älteste sprechen und das beraten. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, die wir hier in der Gemeinde vielleicht ausschöpfen können. Das müssen wir aber noch miteinander beraten. Ja, also es gibt ein bisschen Bewegung und trotzdem bitte ich euch weiterhin um Geduld. Selbst da, falls wir am Sonntag tatsächlich einen Gottesdienst feiern werden, wo auch noch mehr Geschwister dabei sein werden, wird es nicht dasselbe sein wie vorher. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr als knapp 40 Leute sein. Und ob wir eventuell noch einen zweiten Gottesdienst machen, da müssen wir drüber nachdenken. Wie gesagt, das ist alles noch nicht sicher. Bitte wartet auf die Nachrichten, die wir euch dann weitergeben werden, die wir rausgeben werden an die Gemeinde. Ihr werdet das dann auch mitbekommen. Und was wir auf jeden Fall weitermachen werden, ist, dass wir die Gottesdienste hier live übertragen, über YouTube und Kononierradio, wie bisher auch. Soweit erst mal. Ja, wir wollen jetzt in das Wort Gottes reingehen. Und ja, irgendwie ist es ja so, dass Gott auf so viele verschiedene Arten und Weisen spricht. Und er spricht uns auch an durch die Lobpreislieder, die inspiriert sind vom Wort Gottes, Gottes, die uns, ja, irgendwo auch helfen, in gesungenen Gebeten uns Gott zu nahen, auf die Art und Weise, wie Gott es freut. Paulus hat das ja gesagt. Wir wissen ja gar nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Wir haben gar keine richtige Vorstellung von Gott. Wir sehen ihn ja nicht. Und wie schwer das ist, mit jemandem zu begegnen, den man nicht sieht, das geht mir gerade so. Wenn ich euch jetzt hier so anschaue, ich sehe euch ja nicht. Ihr seht mich zwar, aber ich sehe euch nicht. So geht es uns auch Gott gegenüber. Er sieht uns, aber wir sehen ihn nicht. Und wir sprechen zu ihm und er hört uns auch. Und er hat so seine Wege, wie er mit uns spricht. Und so ist es eben auch, dass der Heilige Geist Gebete eingegeben hat. Wir lesen das in der Bibel, die Psalmen, die eingegeben sind vom Geist Gottes. Und ja, durch die Schrift und durch das, was der Heilige Geist uns in Erinnerung ruft, von all dem, was Gott gesagt hat, was Jesus gesagt hat, das bringt ein Echo in unserer Seele, wo der Heilige Geist uns auch Worte gibt, wie wir ihn anbeten können, wie wir im Gebet zu ihm sprechen können, wie es ihm gebührt. Wo wir uns selbst so oft so unfähig fühlen. Und da helfen uns Lieder oft, oder? Ist das nicht so? Geht es dir nicht so? Mir geht es jedenfalls so. Immer wieder so, dass inspirierte Musik, inspirierte Lieder mich näher zu Gott ziehen, so wie wir es vorhin gesungen haben, näher zu dir. Und vorhin, als wir gesungen haben, da sind mir so ein paar Inspirationen gekommen, so ein paar Erinnerungen an das Wort Gottes. Der Heilige Geist hat irgendwie gesprochen. Näher, näher zu dir. Und da musste ich an diese Stelle denken und jetzt, ja, jetzt, wo steht sie? Ich glaube, es ist in den Psalmen, wie gesagt, in den Lobpreisliedern, die der Heilige Geist David eingegeben hat. Und jetzt ist echt die Frage, wo? Da, ja, genau, Psalm 34, Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Und als der Heilige Geist mich an diese Stelle erinnert hat, während wir das Lied gesungen, habe ich gedacht, genau das ist das Thema der Predigt heute. Darum geht es bei Mose. Er ist denen nah, die zerbrochenen Herzens sind. Lass uns mal hineingehen in das zweite Buch, Mose, Kapitel 2. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Mose, so legt es der Hebräerbrief für uns aus, der Heilige Geist interpretiert die Schrift, die er selbst eingegeben hat. Also wenn du wissen willst, wie das Wort Gottes gemeint ist, dann frag den Heiligen Geist. Er hat es inspiriert. Frag nicht den oder den, sondern frag den Heiligen Geist. Und manchmal spricht der Heilige Geist durch einen Ausleger, durch einen Prediger. Aber wodurch das Wort Gottes immer am besten ausgelegt wird, ist durch die Schrift selbst. Die Schrift erklärt die Schrift. Und so ist es hier auch im Hebräerbrief. Wird in Kapitel 11 uns erklärt, nee, nicht Hebräerbrief, wir haben nicht im Hebräer 11, da wird auf die Geschichte auch eingegangen, aber Stephanus geht auf diese Geschichte ein, in Apostelgeschichte 7, wo er uns vor Augen führt, dass Mose dieses Bewusstsein hatte, dass er das Volk retten soll. Schon bevor er berufen war, wusste er, dass er eine besondere Aufgabe hatte. Er hatte ein Gerechtigkeitsempfinden. Er erkannte den Gott Israels. Es war ihm nicht unbekannt, dass er ein Nachkomme Abrahams, Isaks und Jakobs war. Es war ihm nicht unbekannt, die ganzen Verheißungen, die auf Abraham, Isak und Jakob und seinen Nachkommen gelegt wurden. Er wusste, das sind meine Brüder, die Hebräer. Und er hat sich eingesetzt für Gerechtigkeit, gegen die Unterdrückung durch den Ägypter, durch die Ägypter. So hatte er einen ägyptischen Mann erschlagen, der einen seiner Brüder schlug. Und als er dann wieder zu seinen Brüdern kam und sah, wie einer den anderen unterdrückte, da griff er ein und suchte, versuchte, Frieden zu stiften. Und Stephanus zeigt uns ganz klar auf, dass das eigentlich eine gute Handlung war. Das war ein gutes Handeln. Mose war getrieben von dieser Sehnsucht, von diesem Wunsch, dass das Volk Israel gerettet wird von seiner Unterdrückung. Er war davon getrieben, dass Frieden und Ordnung innerhalb des Volkes Gottes sein sollte. Aber es wird uns auch deutlich, dass er hier mit etwa 40 Jahren, dass er scheitert. Es gelingt ihm nicht. Es gelingt ihm nicht, das Volk Israel vor der Bedrückung zu retten. Ja, einen einzelnen Mann, den hat er errettet. Aber es ist offenbar geworden und er wird verfolgt. der Pharao will ihn umbringen lassen für diese Missetat, für diesen Mord. Und derjenige, der hier Unrecht tut von den Israeliten, er sagt zu Mose, wer hat dich als Aufseher und Richter über uns gestellt? Und Mose erschrickt. Er kann diesem Mann nicht Antwort geben. Er kann ihm nicht sagen, du, da ist einer, der die Vollmacht hat dazu, Retter einzusetzen, Richter einzusetzen. Das ist der Gott Israels. Und ich bin eingesetzt von ihm als Richter und als Aufseher, als Führer, als Hirte. Er konnte es nicht sagen, weil es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschehen war. Er war noch nicht berufen. Er war zwar vorherbestimmt dazu, das zeigt seine ganze Geschichte, wie er wunderbar gerettet wurde, wie er eine ganz besondere Geschichte gehabt hat, das alles zeigt, dass er darauf vorbereitet wurde, dass Gott damit das vorhatte. So wie Paulus es sagt, ich bin auserwählt von meiner Mutterleib an, dazu Apostel zu werden. Wusste Paulus das im Mutterleib schon? Nein, natürlich nicht. Wusste er das als Kind? Nein, er wusste von Jesus noch gar nichts. Er wusste etwas von dem Messias, aber er hatte eine ganz andere Vorstellung von diesem Messias. Und so ist es auch bei Mose. ich bin überzeugt davon, dass diese ganze Zeit, die jetzt kommt, diese 40 Jahre in Media, dass es dazu, dass Gott diese Zeit gebraucht, um das mit Mose zu tun, was er dann getan hat, was sich in diesem Vers deutlich macht. Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind. Mose war ein sehr gebildeter Mann. Er war ausgebildet in der Weisheit Ägyptens. Er war ein starker Mann. Er konnte einen Ägypter erschlagen. Aber er war ein Mann ohne geistliche Vollmacht. Weil geistliche Vollmacht tatsächlich daher rührt, dass ein Mensch von Gott berufen ist. Und wem beruft Gott? Lass uns mal da nachgucken in 1. Korinther 1. 1. Korinther Kapitel 1. Vers 26 Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt, hat Gott auserwählt. Damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Das, was Paulus hier beschreibt, ist ein Grundprinzip von Gottes Erwählung, von Gottes Berufung. Er beruft nicht den, der etwas kann, der etwas ist, ist, sondern er beruft den, der nichts ist, der nichts kann. Und das sehen wir in der Geschichte von Israel. Wir sehen es, dass Gott die Geschichte so führt, Gott, dass Israel in Ägypten ein Sklavenvolk ist. Dieses Sklavenvolk hat er berufen dazu, sein Volk zu werden. Aber sie mussten erst zu einem Sklavenvolk werden. Sie mussten erst gebrochen in ihrem Herzen zerbrochen sein, um diese Position, um diese Stellung einnehmen zu können. Abraham, Isaac und Jakob, sie waren gesegnete Männer, gesegnete Familien, reiche Familien. Aber Gott hat Abraham und Sarah kinderlos sein lassen. Und dadurch hat er diese Haltung in ihnen erzeugt, durch die er sich verherrlichen konnte. Sie waren, sagt Paulus, schon tot. Die lagen schon halb in der Kiste. Und da hat Gott dann eingegriffen. Er hat Auferstehungskraft bewiesen, indem er sie fruchtbar machte, obwohl sie gar nicht mehr erzeugungsfähig und gebärfähig waren. Auch Isaac und Rebekah ging es ja genauso. Sie waren auch kinderlos und nach 20 Jahren erst, nachdem sie 20 Jahre verheiratet waren, bekamen sie die Kinder. Jakob, Jakobs Leben sehen wir, der Verfolgte, der Unterdrückte von seinem Schwiegervater, er musste erstmal eine Leidens- und Dienstzeit, eine Sklavenzeit erleben, bevor die Berufung Gottes sich wahrgemacht hat in seinem Leben. und Josef, wie musste er gedemütigt werden, wie wurde er gedemütigt und erlebte genau das, Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind, die gedemütigt sind, denen ist Gott nahe und er bringt sie zu Ehren und er wählt sie, um seine Werkzeuge zu sein. Diesen Sklaven, der im Gefängnis saß, also noch niedriger als niedriger, diesen Mann hat er genommen und zum zweiten Mann im Reich Ägypten gemacht. Und so ist es auch der Weg des Volkes Israel. Es ist in dieser es wird erniedrigt, erniedrigt und erniedrigt, bis es ein wertloses Sklavenvolk ist. Schmeißt die Babys weg, die Jungs. Sie sind Abfall. Wir wollen sie nicht, wir brauchen sie nicht. Sie sind uns, sie werden uns gefährlich. Wir haben Angst vor ihnen. Und das ist der Moment, wo Gott eingreift, wo Gott sich ihnen offenbart, wo Gott ihre Berufung wahr werden lässt, in der größten Schwachheit, in der größten Erniedrigung. Und das ist der Grund, warum Mose diesen Weg jetzt gehen muss, nach Midian. Nicht als starker, weiser Ägypter Sohn, sondern als ein Fremder, ein Fremdling, Ein einfacher Hirte. Da beruft Gott ihn. Nicht als junger Mann, der in der Kraft steht, in der Blüte seiner Jahre, nein, als jemand, der schon alt geworden ist und schwach. Wir werden das in der Berufungsgeschichte von Mose noch intensiver sehen, sehen, wie das eigentlich ist. Lass uns mal zurückgehen hier zu 2. Mose. Aber so wie Moses Erwählung schon vorher feststeht, so ist es auch bei allen anderen. So ist es bei Abraham. Zuerst kommt Gottes Erwählung, zuerst kommt Gottes Zusage. Dann kommt die Zeit des Leidens, die Zeit des Wartens, die Zeit, wo derjenige, der erwählt ist, Demut lernen muss. Und dann kommt der Tag, wo sich die Erwählung in der Berufung zeigt, wo ein Mann, wo eine Frau den Dienst antritt, zu dem Gott sie berufen hat. Also, Mose muss fliehen. 2. Mose 2, Vers 15. Und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose umzubringen. Es ist eigentlich fast dieselbe Situation wie von Jakob. Esau hat das rausbekommen, dass Jakob betrogen hat und er wollte ihn umbringen. Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf und er setzte sich an einen Brunnen. Also, Mose muss eine schwere Demütigung in Kauf nehmen. Er wird von einem Adligen, einem, der größte Privilegien in Ägypten hat, wird er zum Flüchtling. So schnell kann es gehen. So schnell kann sich das Blatt wenden. Und das ist doch etwas, was wir in unserer Zeit heute lernen müssen, oder? So schnell kann sich das Blatt wenden. Jahrelang Aufschung, Wirtschaftswachstum, heute kamen die Wirtschaftszahlen raus, Wirtschaftswachstum, so und so viel Prozent, so und so viel Prozent und dann, ja, Mensch, wir wissen nicht so genau, dieses Jahr wird es nicht so doll werden mit dem Wirtschaftswachstum und ob wir überhaupt eins haben werden und dann plötzlich knallt, minus 6,5 Prozent. Hat keiner mit gerechnet. So schnell kann es gehen, der Abstieg. Bei Mose, so schnell kann es gehen. Und wisst ihr, das sollte uns eine Lehre sein, dass wir uns hüten davor, stolz und überheblich auf andere herabzuschauen. So schnell können wir da sein, wo sie jetzt sind, wo wir auf sie herabschauen und sehen, naja, was bist du denn für einer? Wir wissen gar nicht, was das für einer ist. Ich kann mich noch erinnern, als wir damals über viele Jahre die Obdachlosenarbeit bei uns in der Gemeinde hatten, mit der Intermission zusammen, da haben wir immer wieder mit Leuten dort gesprochen, die auf der Straße gelebt haben oder so runtergekommen waren, deren Leben irgendwie aus der Bahn geworfen waren. Und da gab es den einen oder anderen, das waren natürlich, manchmal waren das richtig kaputte Typen, die schon von Geburt an kaputt waren, eine kaputte Familie geboren und kaputt, kaputt, kaputt. Aber es gab auch Leute da drunter, das waren Akademiker. die waren studierte Leute, die hatten einen guten Beruf und dann hat irgendein Schicksalsschlag sie aus der Bahn geworfen. Und plötzlich haben sie alles verloren, den Job, die Frau, die Wohnung, die Freunde, die Gesundheit, plötzlich alles weg. In wenigen Wochen, Monaten vielleicht. Und so ging es hier Mose? Mose ist von einem privilegierten Mann plötzlich zu einem Flüchtling geworden, zu einem gesuchten Verbrecher. Was für eine Demütigung. Wie geht der Stolz nach unten in so einer Situation? Ich bin jetzt plötzlich ein Niemand. Wisst ihr, aber wir sehen Moses Charakter. wir schauen oft hier auf das Negative, dass er einen Mord begangen hat, aber wisst ihr, vom Prinzip her ist er ein Mann, der Gerechtigkeit sucht. Das ist ein Mann, der Gerechtigkeit liebt. Jesus sagt zu solchen Menschen, selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Mose war so einer, der nach Gerechtigkeit gehungert und gedürstet hat. Das sehen wir jetzt in der Geschichte, wenn er in Midian, in dieser Fremde jetzt, an diesen Brunnen kommt. Nun hatte der Priester von Midian sieben Töchter. Die kamen, schöpften Wasser und füllten die Tränkrennen, um die Herden ihres Vaters zu tränken. Aber die Hirten kamen und trieben sie weg. Wie die Männer so sind. Wenn da die Frauen sind und wollen das Wasser schöpfen für die Herden, da kann man sich doch mit seiner Gewalt mal durchsetzen und die süßen kleinen Mädels mal wegschubsen. Wir waren zwar nicht zuerst da, aber wir sind die Stärkeren. Was willst du uns entgegensetzen? Das ist aber nicht gerecht. Das Recht des Stärkeren ist nicht die Gerechtigkeit Gottes. Und das sieht, das spürt Mose. Er setzt sich ein für Gerechtigkeit. Wisst ihr, auch wenn er dabei vielleicht über die Stränge schlägt, wenn er dabei ein junger, stolzer Mann ist, überheblich vielleicht und anmaßend. Aber dennoch, da ist etwas Gutes da drin. Etwas, was wir uns abschauen können. Wo wir sagen sollen, hey, lass es nicht einfach so geschehen, wenn solche Ungerechtigkeit geschieht. Nein, setz dich ein für den Schwachen. Da stand Mose auf, half ihnen, oder hier steht, man kann es auch übersetzen, er rettete sie. Das zeigt seine Retter Qualitäten. Er stand auf, half ihnen und tränkte ihre Herde. Und das ist doch schön, es ist hier nicht so, dass er aufsteht und den Hirten die Köpfe abschlägt, sondern aber er verhilft diesen Frauen zum Recht. Und das ist auch heute noch so. So viele Frauen, so viele Kinder, so viele Schwache, Behinderte, Ausgegrenzte, in jeglicher Form brauchen Starke, die sich einsetzen, die sich hingeben, die sich, ja, die, die für Gerechtigkeit sorgen. Lasst uns offene Augen haben, offene Herzen für die Menschen um uns herum. Lasst uns ein Auge haben für die Schwachen, für die Hilflosen. Lasst uns nicht sein wie diese Priester, die vorbeigehen in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, die einen niedergeschlagenen, ausgeraubten Mann einfach links liegen lassen, weil sie Angst um ihre eigene Heiligkeit haben. Lasst uns eher Mose zum Vorbild nehmen, wie er sich einsetzt für Gerechtigkeit und für die Schwachen, wie er den Schwachen zum Recht verhilft. als sie nun zu ihrem Vater Reguel kamen, sagte er, warum seid ihr heute so früh gekommen? Also das zeigt, dass es nicht nur ein einmaliger Vorgang war, sondern das haben die Mädels immer erlebt. Es war eine strukturelle Ungerechtigkeit, würde man heute sagen. Die war grundsätzlich da. Die wurden immer zur Seite geschubst und der Vater kannte das gar nicht anders, als dass die Mädels erst spät von der Tränke kamen. Warum seid ihr heute so früh gekommen? Sie antworteten, ein ägyptischer Mann hat uns aus der Gewalt der Hirten befreit und er hat sogar eifrig für uns geschöpft und die Herde getränkt. Guck mal, ganz interessant, hier wird er ein ägyptischer Mann genannt. Obwohl er ein Bewusstsein hatte für seine Brüder die Hebräer, obwohl er sich selbst vielleicht auch als Hebräer gesehen hat, hat er doch so sehr die Identität eines Ägypters angenommen, dass er für Außenstehende hier, für die Midianiter, wie ein ägyptischer Mann wirkt. Auch das ist etwas, was Gott noch verändern muss. Und ist es nicht dasselbe mit uns, Geschwister? Jesus sagt, ihr seid nicht von der Welt, aber in der Welt. Wir sind in der Welt, aber oft sind wir so stark geprägt von der Welt, in der wir leben, dass das so stark auf uns abfärbt, dass wir gar nicht zu erkennen sind als Angehörige des Volkes Gottes. Wir erscheinen vielmehr wie ein Angehöriger des Volkes der Welt. Gott möchte aber, dass wir Salz und Licht sind, dass das sichtbar wird, nach außen hin. Also, er ist ein ägyptischer Mann für diese süßen Midianita Mädels. aber, dieser ägyptischer Mann hat gleichzeitig etwas getan, was sie sicherlich auch positiv bewegt hat. Und trotzdem, dass es ein Ägypter war, hat sie so ein bisschen zweifeln lassen. Sie waren so ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn das ein Midianitischer Mann gewesen wäre. Wenn es ein Midianiter gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich gesagt, du musst unbedingt mit zu unserem Vater kommen. Aber so haben sie sich gerne helfen lassen, haben aber diesem Mann irgendwie nicht weiter sich mit dem befasst. Denn hier steht, also erstmal zu Ende, hier, ein ägyptischer Mann hat uns aus der Gewalt der Hirten befreit und hat sogar eifrig für uns geschöpft und die Herde getränkt. Da sagte er zu seinen Töchtern, und wo ist er? Für Reguel war es doch selbstverständlich, der Mann, der muss hierher, den müssen wir bewirten, den müssen wir danken. werden. Ihr kennt doch die Geschichte von Jesus und den zehn Aussätzigen. Zehn Aussätzige, die dort draußen vor dem Tor sind und Jesus sieht sie und sie schreien, Herr erbarme dich und sie sagen, ja, geht doch zum Priester, zeigt euch, ihr sollt alle gerein sein und sie gehen und werden gereinigt, alle zehn, aber nur ein einziger kehrt zurück, ein Samariter, der Jesus die Ehre gibt, der Jesus dankt. Dankbarkeit ist so eine wichtige Eigenschaft, die der Heilige Geist in uns hervorbringen möchte. Wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann geben wir in allem Dank unserem Vater im Himmel. Aber auch die Dankbarkeit Menschen gegenüber ist nicht einfach so für selbstverständlich zu erachten, Hilfeleistung, sondern ein Zeichen des Dankes zu setzen. Für Reguel ist das was ganz Wichtiges. Er sagt, los, kommt jetzt, holt ihn her, warum habt ihr denn den Mann draußen gelassen, ladet ihn doch Tepora zur Frau. Also Mose kehrt ein bei diesem Mann und er ist eben wie gesagt ein Mann, der sich einsetzt für seine Töchter und er findet das klasse. Ein Vater findet es wunderbar, wenn er ein Mann ist, der nach Gerechtigkeit strebt und sich für seine Töchter einsetzt. der wird auch gerne als Schwiegersohn genommen. Und dann steht hier die gründen Familie, da gebar die Zippora, die gebar einen Sohn und Mose gab ihm den Namen Gershon in dem er sagte ein Fremder bin ich in einem fremden Land geworden. Und das zeigt ein Stück weit so diese Erfahrung, die Mose jetzt macht in dieser Zeit. Ich bin ein Fremder in diesem fremden Land. Für uns Deutsche ist das schwer nachzuvollziehen, die wir hier in Deutschland geboren sind, die wir hier aufgewachsen sind, die wir hier leben. unser ganzes Leben. Das ist so schwer nachzuvollziehen, wenn man ein Fremder ist, in einem fremden Land. Aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Es ist irgendwie immer etwas, was man so mit sich herum schleppt. Und das ist für verschiedene Menschen natürlich verschieden schwer. Das wirkt sich verschieden. auf die Seele aus. Aber für Mose war es das, ein Fremder zu sein. Und das ist das eine, dass man sich selber vielleicht heimatlos fühlt. Es ist so dieses ich bin hier nicht in meinem vertrauten Umfeld. Das läuft hier alles so anders. Ich bin das ganz anders gewohnt. Ich muss mich ständig anpassen. Ich ecke ständig an. Und das ist die andere Seite der Fremder ist. Einem wird das immer wieder gezeigt, einem wird das immer wieder klar, dass man fremd ist. Und das ist demütigend. Das ist ein Prozess der Demütigung. Der stolze Sohn der Tochter des Pharaos ist ein Fremdling. Und das ist interessant. Das ist nämlich etwas, was eine Erfahrung, die dann auch in den ganzen Geboten, die Gott dann durch Mose, dem Volk Israel gibt, etwas, was sich überall wieder hindurch zieht. Wo er sagt, ihr Israel, ihr seid fremd gewesen, in einem fremden Land, aber die Israeliten sind da ja geboren. Für die war Ägypten gar nicht die Fremde, sondern für sie war Ägypten, Goshen, war ihre Heimat, weil sie dort geboren und aufgewachsen sind. Das Einzige, was sie hatten, war diese Überlieferung, diese Weitergabe dessen, was Gott Abraham schon gesagt hat, was er auch Josef gesagt hat, diese Zusage, ihr werdet zurückkehren in das Land, was ich, was Gott euch gibt, was ich euch gebe, sagt Gott. Also diese Fremdlingsschaft ist etwas, was ihn beschäftigt und das wirkt sich so sehr aus, dieses Fremdsein, ja, dass er sich einfügt in dieses ganze Zusammenleben und als er seinen Sohn bekommt, tut er etwas nicht und das kann Auswirkungen seiner ägyptischen Erziehung sein, ich weiß es nicht genau, woran es liegt, er beschneidet seinen Sohn nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in Midian Söhne vielleicht schon beschnitten wurden, weil sie Nachkommen Abrahams waren, von seiner späteren Frau. Aber Mose tut es nicht. Seine Frau fordert es auch nicht ein von ihm. Es ist nicht dieses Gebot, was Gott Abraham gegeben hat und sehr stark aufs Herz gelegt hat. Irgendwo ist es bei Mose nicht verankert und das wird später noch zu einer Demütigung führen in Moses Leben. Also wir sehen, dass Mose durch diesen Prozess der Demütigung hindurch geht und dann endet hier das Kapitel mit folgenden Versen und damit wird im Grunde die Kurve gezogen aus dem Leben Moses kehren wir zurück zum Volk Israel in Ägypten. Wir kehren zurück auch zu ihrer Unterdrückung. Die Geschichte hat sich so auf Mose fixiert, auf seinen Weg. Jetzt kehrt es wieder zurück zu Israel. Es geschah während jener vielen Tage, der starb der König von Ägypten. Also ihr müsst echt aufpassen, es gibt ja so tolle Filme von Mose und ganz oft wird das gerne so als Geschichte zwischen zwei Brüdern dargestellt, Moses und Ramses. Nicht nur in diesem Zeichentrick Film, sondern in mehreren Filmen wird das so verarbeitet. Das stimmt aber nicht. Also Mose war der Sohn der Tochter des Pharaos dieser Pharao starb und dann wurde nicht sein Bruder König, sondern dann wurde ein anderer König. Sozusagen wahrscheinlich ein Bruder seiner Mutter in Anführungsstrichen. Sein Onkel. Und es ist auch eher unwahrscheinlich, dass es Ramses war. Es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Die Söhne Israel sind, das Volk Israel ist beladen, belastet von dieser Zwangsarbeit. Sie sind Zwangsarbeiter. Sie sind degradiert, sie sind entwürdigt. Sie werden unterdrückt, bedrückt, bedrängt, belastet. Keine Luft zum Atmen. Vor kurzem jetzt diesen wunderschönen Film Amazing Grace geguckt. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Und da geht es um die ganze Situation der Sklaven im 18. Jahrhundert der afrikanischen Sklaven. Männer und Frauen und Kinder, die verschleppt werden aus ihrem Heimatland und auf furchtbare Art und Weise behandelt werden und zu Sklaven gemacht wurden. Und es ist furchtbar, sie schreien um Hilfe. Sie sind entwürdigt, sie werden nicht wie Menschen behandelt. Und das Beste ist natürlich in so einer Gesellschaft, wo es Menschenhandel gibt, dass man am besten das möglichst vertuscht, möglichst nicht öffentlich macht. Weil eigentlich unsere Gesellschaft doch zumindest human ist, wenn sie nicht vielleicht auch immer noch ein bisschen christlich angehaucht ist. So sind wir doch, wir finden das doch furchtbar, wenn Menschen unter so schlimmen Bedingungen leben sollen. Und in dem Moment, wo es öffentlich gemacht wird, dann erregt sich auch die öffentliche Meinung und man denkt, das kann doch nicht wahr sein, das können wir doch nicht machen, so können wir das doch nicht machen, aber es gibt immer Menschen, die davon profitieren und die über Leichen gehen. Und hier ist es eben so, in Ägypten, sie gehen über die Leichen, sie nehmen das in Kauf und das Volk Israel ist bedrängt, sie haben keinen Helfer, sie schreien, sie schreien in ihrer Not, aber hier steht nicht interessanterweise, dass sie zu Gott schrien, sie schrien einfach nur in ihrer Not um Hilfe und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Gott hört das Schreien derjenigen, die geknechtet werden, die gedemütigt werden. Er hört ihr schreien. Da hörte Gott ihr ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Gott vergisst seinen Bund nicht und das ist was Wunderbares, wenn wir gleich auch uns an den Bund erinnern, den Jesus mit uns geschlossen hat, dann ist es was Wunderbares zu wissen, dass Gott seinen Bund ist. Er denkt daran und gerade wenn wir in Not sind, wenn wir in Angst sind, wenn wir in großer Schwachheit und Bedrängnis sind, wenn wir schreien, wenn wir noch nicht mal Worte finden, wenn wir noch nicht mal beten können, wie Paulus sagt, wenn nur noch durch unnennbares Seufzen des Geistes in uns es schreit, dann hört Gott unseren Schrei. Gott hört das Schreien, das Ächzen seines Volkes. Er dachte an seinen Bund mit Abraham Isaac und Jakob und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Hier steht sogar das Wort Gott erkannte sie. Ein wunderbares Wort eigentlich, in seiner Tiefe gar nicht aus zu begreifen richtig. Gott erkannte sie. Er erkannte ihr Elend, er erkannte, er durchdrang sie, er wurde eins mit ihnen, das hat ihn in seinem Herzen bewegt, sein Herz ist erweicht worden, er ist ein barmherziger Gott. Das was wir in Jesus sehen, seine Barmherzigkeit, wenn das dann drinsteht, dass seine Gedärme sich umdrehten sozusagen, dass sein Herz traf, wenn er Menschen in Not sah. So geht es Gott mit dem Volk Israel, mit diesen Bedrängten, mit diesen Gedemütigten, Erniedrigten, die er auserwählt hat, die er vorher schon auserwählt hat, dass sie sein Volk sein sollen. Es ist diese tiefe Erkenntnis, und das ist das Wunderbare, es ist nicht unsere Erkenntnis Gottes, sondern Gott erkennt uns. Er macht sich eins mit uns. Er wird Mensch in Jesus Christus. Gott wird Mensch und wird eins mit uns. Er nimmt unser Fleisch und Blut an. Er nimmt unsere Leiden auf sich. Er nimmt unsere Krankheit und unsere Schwachheit auf sich. Er identifiziert sich mit uns und er trägt unsere Sünde und stirbt als der verachteteste und elendste gedemütigste, den man sich vorstellen kann am Kreuz von Golgatha. Gott kennt uns. Gott kennt unser Leiden. Gott kennt unser Ächzen, unser Stöhnen. Er kennt unsere Not. Er hat sich eins gemacht. Er er erkennt uns. Er er erkennt dich. Und er will ganz eins werden mit dir durch seinen Geist. Wenn er in dich kommt, dann will er ganz dein werden, so wie du dein ganz sein bist. Und für alle, die das sind, die in diesen Bund schon eingetreten sind, wir feiern das im Abendmahl. Wir nehmen ihn auf. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Esst das, trink das, nimm das in dich auf. Weil das ist ein Zeichen davon, dass Jesus in dir lebt. Er kennt dich durch und durch. Und du sollst und darfst ihn immer mehr erkennen, seine Liebe, seine Güte, seine Gnade, seine Freundlichkeit. Er ist dein Retter. Und er rettet dich nicht als irgendwie so eine Figur von außen, sondern er ist ein Retter, der dich durch und durch kennt und versteht. Er rettet dich aus dem Staub, indem er sich selbst in den Staub hinab begibt. Und so ist auch Mose eben ein Retter, der in den Staub hinab gegangen ist, der in das Elend hinab gegangen ist, der Fremdlingschaft. So lasst uns jetzt das Abendmahl feiern zusammen. Und ja, ich bitte das Lobpreisteam nach vorne, stellt euch doch hier mit hin, dann können wir das sozusagen zusammen nehmen, das Abendmahl. Denkt das ganz schön für euch zu Hause, dass wir im Mahl Gemeinschaft haben, auch wenn wir es nur über Video haben. Genau, nehmt euch mal bitte Abstand halten, genau. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib. So danken wir dir Vater für das Brot, wir danken dir, dass du in das Elend hinabgekommen bist und dass du dein Leib, dass du ein Leib überhaupt angenommen hast, so wie unseren Leib, dass du aber diesen Leib auch noch viel mehr zerbrechen hast lassen und so brechen wir das Brot und denken daran, dass du gebrochen wurdest für uns und danken dir von Herzen. das Brot, wir danken noch viel mehr für Jesus, für dich, dass du das Brot des Lebens bist für uns und nehmens und essens und preisen dich dafür. Ebenso nahm Jesus den Kelch nach dem Mal und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. So danken wir dir, Herr, für das Blut, was du vergossen hast am Kreuz von Golgatha zur Vergebung unserer Sünden, mit dem ein neuer Bund gestiftet wurde. Danke, dass du an diesen Bund denkst und denkst und denkst. Herr, du willst aber auch, dass wir an den Bund denken, deswegen sollen wir das Abend mal feiern. Wir wollen denken an den Bund, den du geschlossen hast, mit uns, dass du all unsere Sünde hinweggenommen hast, damit wir dein sind, deine Kinder, dein Volk. Wir wollen daran denken, dass du all die wunderbaren Verheißungen, die du deinem Volk gegeben hast, dass sie auch für uns Gültigkeit haben. Wir wollen daran denken, dass du für bist, denn das hast bewiesen am Kreuz von Golgatha, als du für uns gestorben bist, obwohl wir noch deine Feinde waren. Wir preisen dich und beten dich an und danken dir für das Blut und nehmen es jetzt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn bis er kommt. Das verkündigen wir, dass Jesus gestorben ist, dass er Mensch geworden ist, dass er in den Staub hinab gekommen ist und dass er eins geworden ist mit uns und unsere Sünde auf sich genommen hat und als der Sünder schlechthin am Kreuz gestorben ist, obwohl er keine Sünde hatte, denn er hat unsere Sünde auf sich genommen und er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden, er ist zum Himmel gefahren und sitzt zur Rechten Gottes und wird kommen und darauf holen wir uns. Amen.